Nichts durch den Rechtsruck in Italien und Schweden. Und falls du mal wieder drauf reingefallen bist, bringe ich mal etwas Licht ins Dunkel. Giorgia Meloni in Italien. Die angebliche Rechte, die geht regelmäßig zum ersten Institut. Wenn man das mal googelt, dann weiß man, was da so für Familiennamen hingehen und wer das unterstützt. Das ist eine sogenannte Denkfabrik, eine amerikanische Denkfabrik mit Sitz in Washington. Und der Chef heißt Walter Isaacson. Und der geht unter anderem ganz gerne mal zum WEF und hat natürlich da auf der Webseite auch gleich wieder einen Eintrag. Also man sieht bei der Giorgia Meloni nicht den direkten Bezug zum WEF, sondern man muss erstmal gucken, dass sie bei Aspen ist und der Chef von Aspen ist wieder Teil von der WEF-Klicke. Und damit ist die Verbindung hergestellt. Unter anderem hat Meloni auch die Impfung beworben, sich öffentlichkeitswirksam auch selber fixen lassen und sagt, die Impfung sei notwendig und verpflichtend. Das gleiche gilt übrigens für Schweden. Da heißt es ja auch, es sei ein Rechtsruck. Aber der Ulf Christoson ist auch wieder eine WF-Marionette. Und da findet sich ein Eintrag auf der Seite. Es fasziniert mich schon, dass tatsächlich so viele Leute wieder so naiv sind, dass sie glauben, dass das alles mit rechten Dingen vor sich geht. Das ist aber nicht so. Sie benutzen gerade einen Rechtsruck, um wieder ihre Leute zu platzieren. Das gleiche probieren sie übrigens gerade in der BRD, also in Deutschland, indem sie die Weidel aufbauen von der Alternative für Israel. Natürlich bin ich nicht generell gegen das Impfen. Und es ist geboten, Wettbewerber, Konkurrenten für andere Impfstoffe, nicht aus dem Marktmoment hinaus zu halten, sondern eben auch zuzulassen. Warum hat man nicht von Anfang an gesagt, Mastenpflicht in geschlossenen Räumen... ... ... ... ... ... Vielen Dank.